Du möchtest wissen, wie du aus deinen Online-Marketing-Kampagnen noch mehr rausholen kannst, dann bleib auf jeden Fall hier bei diesem Video dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Ich habe mir heute den Kollegen Saad Scharmer an meiner Seite geholt. Mein Name ist nach wie vor Nico Becker und wir möchten heute einmal darüber sprechen, wie kannst du noch mehr aus deiner Werbung rausholen. Wir haben das Gespräch natürlich relativ häufig mit unserem Partner, beziehungsweise wenn wir jemanden bei uns quasi als Partner gewinnen, dann gibt es da einen relativ ausführlichen Prozess am Anfang, wie man einfach noch mehr aus deiner Kampagne rausholen kann. Und eine Sache, auf die wir heute explizit darauf eingehen möchten, ist natürlich das Thema Empfehlungen. Empfehlungen sind eine wunderbare Sache, weil das weißt du wahrscheinlich besser als wir. Du kannst da relativ schnell Umsatz machen, das Ganze ist relativ unkompliziert, du musst meistens keine Preise verhandeln. Das große Problem ist nur, auch du wirst mir jetzt nicht sagen können, ob du im nächsten Monat null oder fünfte Empfehlungen bekommst. Das heißt, sein Geschäft darauf auszulegen, das Bezahlen von Mitarbeitern darauf auszulegen, halte ich persönlich für relativ risikoreich. Deswegen predigen wir auch immer wieder und sprechen das auch so durch mit unseren Partnern. Sorg dafür, dass du über bezahlte Werbeanzeigen einen gewissen Grundstock einfach reinbekommst an Umsatz, der logischerweise die Kosten deckt von der Marketingmaßnahme und auch vom ganzen Unternehmen. Also sorge einfach dafür, dass das Unternehmen so funktioniert, dass du weißt, dass du diese Anzahl an Anfragen, die du benötigst und die Anzahl an Abschlüssen, die du benötigst, auch im nächsten Monat bekommst, wenn du eben x Euro in bezahlter Werbung ausgibst. Wenn du wissen möchtest, wie sowas funktioniert, melde dich gerne bei uns bei der A&M. Aber wenn es denn darum geht, okay, wie kann ich jetzt noch 10% mehr rausholen, wie kann ich mit dem, was ich sowieso schon investiere an Geld, noch mehr rausholen, dann sind wir relativ schnell beim Thema Empfehlungen, weil wir sprechen da relativ intensiv mit unseren Partnern darüber. Die aller, allerwenigsten, mit denen wir sprechen, wirklich, muss man leider Gottes sagen, die haben dafür einen Prozess. So, jetzt ist es natürlich so bei Empfehlungen, da möchte man natürlich im besten Fall, dass die automatisch auf einen zukommen. Aber ich kann dir sagen, einfach durch das bloße Fragen und durch noch so ein, zwei Tricks, die der Kollege vorbereitet hat, kriegt man es hier wirklich hin, aus sozusagen den Anfragen, die man eh hat, den Aufträgen, die man sowieso gemacht hat, die Montagen, die man sowieso gemacht hat, noch Empfehlungen rauszubekommen. Und wie gesagt, da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Ich will dir einfach nur mal schon mal das Mindset mitgeben, etablier dafür irgendwie einen aktiven Prozess. Also die meisten Partner, die warten dann auch irgendwie drauf, dass jemand sie bei Google bewertet und das mal gut läuft quasi, dass es fünf Sterne gibt. Genauso kann man natürlich darauf warten, empfohlen zu werden. Man kann aber auch aktiv was dafür tun. Und dieses etwas dafür tun, das hat einen sehr, sehr, sehr hohen Return on Invest. Also du kriegst da einfach sehr viel für deine Zeit, weil wenn du dir überlegst, du hast, ich weiß es nicht, im Monat, sagen wir mal als Beispiel 20 Kunden, 20 Baustellen, die du machst, so 20 Mal kannst du da nach einer Empfehlung fragen. Und wenn da drei oder vier hängen bleiben und du machst da ein, zwei Aufträge draus, wunderbar, hast du sehr, sehr wenig Zeiteinsatz und dafür zwei Aufträge gemacht. Aber genug von der Theorie. Der Kollege hat wie gesagt noch ein, zwei Praxisbeispiele mitgebracht. Da geht es jetzt mal rüber. Ja, man muss natürlich auch beachten, dass man ja gewisse Marketingkosten hat. Also wenn man neue Kunden jetzt generiert über Social Media zum Beispiel, dann hast du wahrscheinlich, brauchst du vielleicht zehn Anfragen, damit einer zum Abschluss kommt. Und dafür hast du jetzt vielleicht 300 Euro ausgegeben. Das heißt, du hast 300 plus Personal plus alles Mögliche, 500 Euro Marketingkosten für einen Kunden. Jetzt ist das natürlich so, klar, das funktioniert. Aber wie kriege ich denn, wenn ich denn schon bei dem Kunden vor Ort bin, mehr direkt daraus? Und kann meine Marketingkosten vielleicht sogar halbieren oder vielleicht sogar ein Dritteln? Und da ein Trick, ganz einfach, wenn ihr die Baustelle anfängt, dann habt entweder Karten oder eine Weinflasche oder irgendwas. Also oder Weinflasche mit einer Karte, also irgendwas, was euch nicht viel kostet. Eine Tafel Schokolade, irgendwas. Das ist die Entschädigung. Da kommt eure Adresse drauf, alles Mögliche. Und bevor ihr die Baustelle anfängt, geht ihr in der gesamten Nachbarschaft einmal rum. Das sind ja meistens so, wenn ihr in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus sind, dann müssten die mindestens vier, fünf Nachbarn haben. Und ihr geht einfach da rum und gebt jedem ein Geschenk mit eurer Adresse, wer ihr seid. Stellt euch kurz vor, entschuldigt euch dafür, dass ihr jetzt ein bisschen Lärm machen werdet und verabschiedet euch. Diese 20, 30 Euro, die ihr in diese Karten und dieses Geschenk investiert, die werden euch garantiert zu mehr Umsatz oder mehr Kunden helfen. Warum? Weil die haben ja eine Referenz nebenan. Das heißt, die werden von selbst, allein nur wegen deiner Aktion, danach schauen, Hey, lieber Nachbar, wie sieht es denn aus? Wie war denn das Terrassendach? Bist du zufrieden mit der Firma gewesen? Und es ist ja eigentlich ziemlich klar, dass du dir lieber bei jemandem etwas kaufst, dem Leute schon vertrauen, als jemanden, den du noch gar nicht kennst. Also das ist wirklich bewiesen. Das machen schon einige Partner von uns und sogar sehr, sehr erfolgreich. Das Ganze kann man sogar ausspenden, also wirklich ganze Regionen dahin bringen. Hier auch natürlich ganz wichtig, wir sprechen ja immer viel über Social Media Werbung, ist auch wichtig natürlich, aber wenn du schon vor Ort eine Baustelle angefangen hast, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt nicht einzeln bei jedem Nachbar durchgehen, ist das Mindeste heutzutage, dass die Leute um dich herum wissen, wer gerade hier ist. Ich würde mein Logo so groß wie möglich und vielleicht auch heutzutage mit einem QR-Code, der zuerst direkt zu der Webseite führt, wo auch die Leute sich vielleicht informieren können, eintragen können. Und ihr wisst, glaube ich, worauf ich jetzt hinaus will. Also was ich vermitteln will, ist einfach, ich habe es jetzt endlich geschafft oder ich habe es geschafft, einen Kunden zu bekommen. Und wie kriege ich aus diesem Ort oder aus diesem Umkreis jetzt maximal mehr raus? Und das kann der Prozess sein, aktiv auch einfach zu fragen. Ganz am Ende kennen Sie nicht jemanden, für den das auch in Frage kommt. Und eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ob du es gesagt hast, ist natürlich auch, die Leute dafür zu belohnen. Das heißt, wenn du mich jetzt weiter empfiehlst und der Kollege kauft was, dann kriegst du vielleicht nochmal, ja, keine Ahnung, 200 Euro Gutschein oder was auch immer. Also das Ganze quasi auch ein bisschen fördern. Und ich hoffe oder ich garantiere dir, dass du dadurch mehr Kunden finden wirst. Ja, damit soll es das für dieses Video gewesen sein. Also man kann das Thema Empfehlungen wirklich nochmal ein bisschen ausschlachten, wesentlich mehr als die meisten da draußen tun. Und es ist einfach bares Geld, was in Anführungsstrichen auf der Straße liegt. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn du mehr Tipps auch speziell zum Thema Empfehlungen haben möchtest, melde dich wie gesagt einfach gerne bei uns. Ansonsten schau dir die nächsten Videos hier auf jeden Fall an. Und dann würde ich sagen, bis dahin wünsche dir erstmal einen schönen Tag. Bis bald.